Herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt zwischen dem Leon und mir und zwar wir spielen heute mal Let's Play Together Portal 2. Das ist richtig, wieder mal ein Koop-Spiel. Haben wir uns auch mal ausgedacht. Wieder ein Koop-Spiel, genau. Und Leon hat mir eine Einladung geschickt. Hoffe ich einfach mal, dass es so ohne Probleme erstmal funktioniert. Ja, ihr Forschungspartner, Walitzki. Wunderbar. Mal gucken, wie ich... Ich hab ne schlechte Internetleitung, ich weiß. Vielleicht sollte ich das nächste Mal den Anruf übernehmen. Und wahrscheinlich dann auch noch die Einladung. Wahrscheinlich ja. Aber ich warte jetzt auf meinen Partner. Meiner lädt immerhin schneller. Ja, bei mir hat er irgendwie erst noch synchronisiert und jetzt hat er erst gerade angefangen mit zu laden. Achso. Neck ich denn noch oder läuft es jetzt wieder? Jetzt gerade läufst du wieder. Vielleicht war es auch bloß beim Laden bei dir, dass er da geht. Weil ich hab jetzt beides. Ne? Ich hab den Anruf und ich hab dich eingeladen. Finde ich gut. Die schlechte Leitung übernimmt das. Nein, nein, nein. Du musst doppelt. Oh nein. Das können wir aber gleich noch ausstellen. Das werden wir gerade erstmal erschaffen oder zusammengebaut. Ich möchte bitte der Dicke sein. Der ist irgendwie voll sympathisch. Blue möchte ich sein. Doppel, doppel, doppel. Doppel? Doppel, 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 doppel. Ich höre mich gar nicht. Hörst du mich auch doppelt? Ja, ich höre mich doppelt. Wart mal, wir müssten mal in die Optionen rein. Dann Audio. Audio Sprache. Sprache aktivieren. Deaktiviert. Ich muss bei Audio und dann Sprache aktivieren und dann deaktivieren. Was gemacht? Ja, irgendwie so. Und das dann deaktivieren. Gut, dann fangen wir nochmal neu an, sich aufzunehmen. Warum? Ja, jetzt haben wir doch kein Intro hier. Na, ich hab's. Na gut, ist ja egal. Hallo. Hallo. Also, ihr habt schon mal ein Fail mitgekriegt, das ist aber fangt sehr gut. Du bist ja fette. Ja, geil. Achso, ich kann dir jetzt irgendwie... Genau. Ich fick dir zu. Achso, hier, jetzt soll ich mein Lieblingstier auswählen. Affe. Hey. Ach, jetzt hab ich fehlen. Du bist das Lieblingstier im Moment des Periodensystems. A... A... Aurum. Leider weiß ich nicht mit so vielen was anzufangen, aber gut. Blunk, beachte die interessante Wahl deines Partners. Ja. Hab ich. Du hörst echt lange Weile. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Bringt das? Ich fühle mich vor, der Partner zu sein. Okay. Mach mal da hin. Mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll, klingt jeweils die Stelle an. Okay. Einmal bitte da hin. Und einmal bitte da hin. Blue erhält zu... Ja, ich sehe euch. Du sollst mit F andeuten, wo du... Ich bin auch mit F. Kriegst du das noch hin? Nee. Du musst einfach nur da oben gegen und jetzt durch das Portal einfach rennen. Hallo. Schaffst du das? Schaffst du... Ja. Genial. Zum Glück kann ich noch Portal. Du musst einfach nur da... Das ist ja klassisch, ne? Du musst übrigens unten und dann hier oben eins gegen machen. Du kannst immer nur gegen diese weißen Flächen... Nein, nicht zu mir. Nein, ich habe noch gar nicht zu dir. Du musst nach oben. Ich weiß nicht doch. Ich gucke ihm einfach mal zu, wie er jetzt hier... Ach da. Zum Beispiel. Jetzt müsstest du oben auf so einer Plattform sein und dann... Ich müsste dich jetzt eigentlich gleich sehen, aber leider... Ach, da bist du ja. Hallo. So, du musst mal... Du musst jetzt da drauf auf den Knopf gehen. Ich glaube, der Knopf der da ist. Welchen Knopf? Da ist ein Knopf! Was ist denn ein Knopf? Da ist doch ein Rund... Das Ping-Tool ist von großem Geld, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Mann. Du bist zwar ein Idiot? Weißt du, ich habe doch schon... Ne, du musst mal dein Portal da hinsetzen und da hinsetzen. Ja, dann geh mal weg da. Lade Affe. Genau. So, jetzt bin ich weg. Tschüss. Nein, ich helfe dir natürlich auch noch, um weiterzukommen. Obwohl, du kommst ja weiter, ist ja geil. Ach, ich schenke mir selbst einen Pfüffel. Gewichtete Würfel kalibrieren. Gut. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Warum nicht? Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Lagen. Hier, fang mal den Würfel auf, der jetzt gleich runterkommt. So wunderbar. Und den brauche ich jetzt mal bitte. Glaube ich, oder? Wir brauchen den jetzt. Brauchst du den? Guck du mal, ob du da irgendwo sowas hast, wo du den hinlegen kannst. Nein, nicht ins Wasser. Weiß. Ach, du musst den, ach. Achso. Nee, warte mal, geh mal her. Dankeschön. War doch Zeit. Ach, du musst mal da durch dieses Ding da durchgehen. Du musst doch richtig drauflegen. Ja, du musst mal da, du kannst doch da links, links, da, und da kannst du durchgehen. Da kannst du nur nicht mit dem Würfel zusammen durchgehen. So, und jetzt musst du den Würfel einfach da drauflegen. Genau. Ja, gut. So weit, so gut, ne, würde ich sagen. So, ich drück den Schalter. Nein. Kann ich nicht. Du musst den Schalter drücken. Du musst dich hier drauf? Ja, du musst da mal, geh da mal drauf auf den, ich will mal wissen, was passiert. Wirklich? Ja. Ich drück ja fertig aus. Mann. So. Ich kann den... Warum kann ich den nicht drücken? Äh. Ach, komm. Was machst du denn? Drück mal da hinten den Knopf. Hm. Ne, irgendwas missaktiviert bei dir. Ja, aber du musst ja den Knopf mal drücken. Geh da mal durch. Ich komme auch nicht zum Knopf da. Ne? Nein. Warum nicht? Äh. Ach, okay. Okay, 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 okay. Jetzt geht er durch das Portal da. Ach, scheiße, das war Fail. Geh nochmal auf den Knopf. Muss leider nochmal auf den Knopf gehen. So, da, warte. Warte, 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 warte. So, und jetzt musst du da durchgehen. Ich darf da jetzt nicht durch diese... Und jetzt kannst du den Knopf drücken. Ja, so geht. Drück den Knopf. Drück den verdammten Knopf. So, jetzt können wir weitergehen. Wir sind so gut. So. Wie geil. Jetzt kann ich auch so... Ich muss hier rein. Obwohl, was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe und du da rein? Versuchen wir mal. Ne, funktioniert nicht. Ich muss in das Blaue rein. Hau ab! Ich schieße sie mit Voltalen ab. Jetzt geht's. Jetzt werden wir erstmal wieder abmontiert, ey. Ich sehe schon, das kann ziemlich lange dauern. Ich hab schon das Gefühl, wir werden sehr, sehr lange brauchen. Ja, ähm, passt der. Du bist dick, ich bin doof. Ja, genau. Hm. Nett. Warten auf ihren Partner. Ach, bei mir fällt es nicht. Ach, okay, gut. Wow. Wup, wup. Äh. Ha, guck mal. Ich hab schon viel mehr Schritte als du. Du musst auch abnehmen, im Gegensatz zu mir. Komm mit, Tetsi. Teamaufbau, begeben sie sich in die Dämon... Keine Ahnung, Kammern. Ach, hä? Soll's wieder in die Demontagenkammern gehen. Bist du sicher? Ich hab Angst. Okay, ab in die Demontagekammer. Hä, lol, das war jetzt mal irgendwie ein kurzes Level, hab ich das Gefühl gehabt. Aber wir haben's geschafft. Es war auf jeden Fall schwierig, aber wir haben's geschafft. Haha, definitiv. Also. Hallo. Okay. Wart mal, geh mal auf den Knopf. Ich glaub, das ist besser, wenn du auf den Knopf gehst. Sicher? Ich glaub, das ist einfacher. Ich kenn nämlich das Level, glaub ich schon. Ja. Geh einfach auf den Knopf. Ah. Jetzt geh mal auf den anderen Knopf, der da ist. Danke. So, du kannst übrigens rüberkommen. Dahinten ist ein Portal. Ich hab mitgedacht. Hallo. Hallo. Aber ich glaub, das wird noch viel, viel schwieriger. Ah, ich muss halt... Warte, wir müssen uns noch abklatschen. Was noch? So, perfekt. Nur einer von uns beiden. Jetzt wird hier schon, äh... Gegen uns geht's. Also wir achten eigentlich gar nicht auf die, was die da labert, ne? Sollten wir vielleicht mal machen. Ach so, worüber wir labern? Nee, die, die komische... Ja, ach so, ja gut. Die sagt immer, was... Die beleidigt uns meistens eigentlich immer. Ja, ja. Dass wir dumme Roboter sind und so. Und dass Menschen ja... Viel besser sind. Genau. Eben grad wollte sie uns auseinanderbringen, weil... Es geht nur einer von uns beiden in die Geschichte ein. Und das werd ich sein. Geh mal durch die Portale. Fall nicht ins Wasser. Ey, du bist voll uncool. Du weißt ja schon alles. Ich kenn... Siehst du, du erhältst die ganzen Punkte. Ich nicht. Ich kenn halt die ersten Level schon. Ich hab die schon mal gezockt. So, jetzt muss... Aber das ist bald vorbei. Äh, du musst jetzt irgendwie hier was aktivieren. Stell dir vor. Hm. Du musst hier irgendwas aktivieren, okay. Warte, na nee, hier kann ich nichts zwischen... Nee, warte. Du musst da... Du musst jetzt hier hinten mir ein Portal irgendwie... Ja, ich weiß, ja, ja. Naja, nicht... Ah, nee, warte da. Ja, genau. Drück nochmal auf den Knopf für mich. Drück nochmal auf den Knopf für mich. Na, du könntest... Achso, naja, stimmt. So. Hallo. Naja. Und es geht weiter. Oh, das sieht schon wieder schlimm aus. Oh, oh, da oben. Oh, da oben.